Liebe Eltern, liebe Viertklässler, herzlich willkommen am CVO. Mein Name ist Daniela Appe. Ich bin die Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 5 bis 7 bei uns am CVO und ich habe jetzt die besondere Freude, Ihnen die vier Klassenlehrerteams für das kommende Schuljahr anzukündigen. Wenn ihr Kind sich am CVO anmeldet, kann es drei Schülerwünsche äußern und wir notieren auch einen Lehrerwunsch. Aber ich möchte sehr deutlich darauf hinweisen, dass natürlich ähnlich wie Weihnachten Wünsche geäußert werden, aber natürlich können wir nicht alle Wünsche erfüllen, je nachdem, wie sich das Ganze verteilt. Die Klassenlehrervorstellung ist immer ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich wünsche euch und Ihnen deshalb ganz, ganz viel Spaß bei den kommenden vier Videos und Vorstellungen unseres tollen neuen fünften Jahrgangs. Hallo, herzlich willkommen am CVO. Ich bin Heike Becher und unterrichte Englisch und Geschichte und und zwar zukünftig in der 5.1. Und das ist... Ich bin Frau Appe und ich werde die Fächer Mathe, Natur, Technik und Sport unterrichten können. Wir sind zwei Frauen, aber wir haben männliche Verstärkung. Diese hat vier Beine und ist Leo. Leo, schau mal rein, schau mal da. Super. Jetzt bringt Leo uns die Kiste mit den Ideen, die wir unbedingt verwirklichen wollen. Leo, bring den, komm. Top, super. Schau mal, Heike, mal sehen, ob du da was findest. Genau, was uns wichtig ist, ist Vertrauen. Wir wollen, dass die Kinder, die bei uns in der Klasse sind, uns vertrauen, Fragen kommen und keine Sorge haben. Es wäre toll, liebe Kinder, wenn ihr schon ein bisschen selbstständig seid. Das wollen wir ganz, ganz doll fördern bei euch und dann könnt ihr auch selbstständig hier in diesem DIV-Raum arbeiten. Genau, und wer Arbeitsbereitschaft mitbringt, der hat auch mal die Gelegenheit, in kleinen Rippen hier zu arbeiten und dann mit den Ergebnissen vor der Klasse wieder zurückzukommen. Und als allererstes fangen wir natürlich an, die Klassengemeinschaft zu formen. Das ist der erste große Schritt, dass ihr hier ankommt und dass wir eine Klasse werden und hoffentlich auch nicht mehr Corona-konform hier sitzen müssen oder abgewandt, sondern wieder zusammen. Wir freuen uns auf euch. Hallo. 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 Hallo seid ihr, die neuen Schüler der fünften Klasse vom CVO? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir sind eins der Teams, das im nächsten Schuljahr eine neue fünfte Klasse übernimmt. Und damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernen, stellen wir uns jetzt einmal vor. Ich bin Corinna Sessou, ich bin 44 Jahre alt, habe eine kleine Tochter, bin schon sehr viele Jahre lang Lehrerin. Und meine Fächer sind Deutsch, Biologie, Natur und Technik. Das ist, wie sagt Kunde, bei euch an der Grundschule. Und Biologie werdet ihr erst ab der siebten Klasse bekommen. Und ich bin Carolin Renken, ich bin 31 Jahre alt und seit 2018 hier am CVO. Meine Fächer sind Englisch, Pgw und Geschichte. Pgw bedeutet Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, das bekommt ihr aber erst in der achten Klasse. Ja, seit 2018 arbeiten wir auch zusammen als Klassenlehrerteam. Deswegen sind wir eingespielt und wir haben immer sehr viel Spaß bei der Arbeit. Uns ist wichtig, dass wir als Klasse gut zusammenhalten, dass wir uns wohlfühlen, aber auch konzentriert zusammen lernen können. Wenn dir eine starke Klassengemeinschaft wichtig ist und du jetzt neugierig geworden bist, dann bist du bei uns auf jeden Fall richtig. Wir freuen uns auf euch. Guten Morgen. Moin. Moin. Hey. Moin. Moin. Wir sind das neue Klassenlehrerteam. Der 5.3. Das ist Frau Krüger. Frau Krüger wird euch im Fach Religion unterrichten und die KLS mit euch machen. KLS ist die Klassenlehrerstunde und in der Klassenlehrerstunde, da lernt ihr zum Beispiel, wie man sich hier in der 5. Klasse organisiert, wie man seinen Ranzen packt und wie man sich vielleicht auch auf Klassenarbeiten vorbereiten kann und noch vieles, vieles mehr. Das ist Herr Gartmann, er unterrichtet euch in Deutsch und wir werden zusammen den Klassenrat machen, indem wir einmal in der Woche besprechen, was für euch in der Klasse wichtig ist. Viele von euch kennen den Klassenrat auch schon aus der Rundschule. Wenn ich hier nicht in der Schule stehe, dann reise ich gerne in den Ferien, ich lese gerne, versuche mich am Klavierspielen und bin gerne mit meiner dreijährigen Tochter draußen unterwegs. Ja, und wenn ich nicht gerade hier am TVO arbeite oder am Schreibtisch schütze, dann gehe ich auch gerne raus. Ich habe zwei Föchter und wir gehen als Familie gerne spazieren. Ich lese sehr gerne, als Deutschlehrer, klar, und ich bin ein leidenschaftlicher Musikhörer. Ich habe sogar noch so einen alten Plattenspieler, wo man diese großen, runden Scheiben aufhebt. Wir freuen uns auf euch, tschüss! Hallo, liebe zukünftige TVO-Schüler und Schülerinnen. Mein Name ist Melanie Hellwig und ich bin Teil des Klassensehrer-Teams der Film 4. Ich bin 37 Jahre alt und habe zwei kleine Kinder. Dem TVO bin ich nun schon seit zehn Jahren treu. Aber nicht nur ich bin Teil des Klassensehrer-Teams, sondern auch Gabriela Busuk. Hallo, ich bin Gabriela Busuk und werde mit Melanie Hellwig zusammen eure Klassensehrerin sein. Warum ich auf diesem Parkplatz sitze? Ich bin auch Club of Rome Beauftragte dieser Schule und mir liegt Nachhaltigkeit sehr, sehr am Herzen. Wie wir unsere Umwelt gestalten, wie ihr eure Umwelt gestalten könnt und euer Leben nachhaltig gestalten könnt. Das sollt ihr auch mit mir und Frau Hellwig und dieser Schule lernen. Ich unterrichte bei euch Englisch und wir haben auch eine Theaterstunde zusammen. Außerdem gibt es im Klassenrat Raum für eure Fragen und eure Ideen. Hier darf und soll Kritik geäußert und mit dieser umgegangen werden. Ihr lernt, wie ihr eure Ideen mutig umsetzen könnt, denn als Einzelner kann man mithilfe der Gruppe viel erreichen. Ah, da seid ihr ja schon wieder. Ich sitze hier an einem Tümpel. Ich bin Biologielehrerin mit Leib und Seele, Sport und Psychologie. Was für eine tolle Fächerkombination. In allen Fächern kann ich mit euch zusammenarbeiten und darauf freue ich mich riesig. Das ist Giersch. Die meisten finden ihn ganz schrecklich nicht hier im Garten. Kann man essen? Rein in den Salat. Damit man als Pferd und Reiter ein richtiges Team wird, ist es wichtig, respektvoll miteinander umzugehen. Uns ist auch wichtig, dass wir uns in der Klasse untereinander austauschen und gemeinsam Lösungen finden. Neben dem Reiten, wer hätte es gedacht, lese ich gerne englische Romane und ich gehe auch gerne zum Turnen. Wir sind schon sehr gespannt darauf, was euch interessiert und was euch so wichtig ist. In meiner Freizeit bin ich auch gerne auf der Rennstrecke unterwegs. Da kann ich richtig abschalten, um am Montag wieder mit euch zu sein. Fit für die Schule, für das Arbeiten und viel Spaß mit euch zu haben. Bis dann. Tschüss. Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen. Wir haben ein offenes Ohr für euch und unterstützen euch dabei, hier an eurer neuen Schule zu starten. Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind das zukünftige Klassenlehrer-Team. Das ist Caroline Kahl. Und Jasko Baramowicz. Wir möchten das Video nutzen, um uns vorzustellen. Genau. Und wie kann man sich am besten vorstellen als Lehrer und Lehrerin? Wir fangen einfach mal an mit unseren Fächern, die wir unterrichten. Mein Fach ist Sport, Geschichte, Politik und Geografie. Geografie vor allem in Klasse 5. Das werde ich dann bei euch unterrichten, wenn ihr zu uns kommt. Ich freue mich riesig drauf. Aber nicht nur meine Fächer sind wichtig, sondern auch meine Fächer. Ich unterrichte nämlich Deutsch, Musik und Theater. Das heißt, im Musikkonzept, das werdet ihr machen, da bin ich Ansprechpartner und auch in der Musikkiller zu leben. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich nicht mehr Fächer aus der Schule spielen, sondern wir haben andere Dinge, die uns sehr am Herzen liegen hier an der Schule. Und das mit Caroline Kahlowicz. Unter anderem die Skireite. Deswegen passt der Schnee super, dass wir hier stehen. Die Skireise ist eigentlich das Erwälsch der Kill. Und ich bin mit Herrn Hilfs, derjenige, der die Skireise organisiert, die zwar erst in Klasse 10, aber die werdet ihr euch auch erwarten. Neben der Skireise sind das auch noch viele Wettkämpfe, vor allem im Fußballbereich, für dich hauptsächlich verantwortlich. Und dann liegt mir noch ganz toll am Herzen die Demokratiewerkstatt. So, da wo es darum geht, dass Schüler lernen, sich politisch zu engagieren, aufzulernen, wie kann ich die mitbestimmen. In der Schule, aber auch neben der Schule. Und das sind so ganz wichtige Sachen, die wir euch versuchen wollen beizubilden. Aber Frau Kahl hat auch noch einiges entwickelt. Genau, ich bin nämlich auch in der Demokratiewerkstatt. Das heißt, ihr bekommt dort sozusagen die doppelte Packung. Außerdem ist mir sehr, sehr wichtig, dass ihr lernt zu lernen. Das heißt, ich bin in der Lernwerkstatt, die ganz neu gegründet ist, hier bei uns. Und dort könnt ihr ein paar Lernstrategien und so weiterbekommen, so ganz grob zusammengefasst. Das war es jetzt schon von uns. Wir hoffen, euch bald sehen zu können. Und bis dahin sagen wir Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.